Hallo! Ich nehm mich doch gerne mit. Kein Problem. Ja, nehm ich danke. Oh, und dich nehm ich auch. Herzlichen Dank! So. Bis ich jetzt die Baits hab, ist der Fischerman über alle Berge, aber ich glaub, ich hab schon mehrere mit dem Level gesehen, deshalb brauch ich mir da jetzt nicht allzu viel bedanken. Bedanken? 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 Au, au, au. So. Sehr schön. Ja, take it. Scheiße. Oh, jetzt muss ich das in der Indie wieder umstellen, weil der das Fleisch nicht erkennt, meinetwegen der Stacking-Modum. Ja, ähm... Hm. Äh. 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 Ähm. Gutes Sarko kann eigentlich kein gutes Zeichen sein, oder? Ja. Deswegen hat der Paradox auch kein... Du bist überhaupt kein Sarko, du bist Kapu, aber trotzdem. Häppening. Häppening. Da ist auch noch das Kapu. Und der Koko. Oh. 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 Da ist noch ein Kapu. Ähm. Ja. Nämlich folgendes. Äh. Ja. Welches Level hast du denn? Ich bin still. Oh. 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 Ich hab gar keine Rüstung. Oh. Oh. Du hängst fest. Tja. Wir fett uns. Äh. Dann sterb ich jetzt trotzdem. Puh. Oh. 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 ich hab' das Herzschlock-Geräusch. Habe ich was zu essen? Ey, der sei. Okay. Na gut. Wir haben ja wenigstens Leder genug für- Oh Gott. Was hier alles tot ist? Aber ich verstehe immer, wer das Kapo hier getötet hat. Aber es wird ja wohl nicht das andere Kapo gewesen sein. Vielleicht war es das Krokodil. Nein, Gott. Also ich glaube zumindest, dass es ein Krokodil war. Blau hier hinzulaufen. Nein, okay. Aarau hat jemand gefressen. Äh, er war doch gerade... Ah, es war Saku. Normales Saku. Oh, Prime. Kann ich eben Prime-Meat... Prime-Meat, ha ha. Was fehlt? Ach, es war Saku, da. Hey, woher hier. Prime-Meat, weg. Schmilzt, hätte ich beinahe gesagt. Weg. Schimmelt. So sicher ist es hier scheinbar, wie ich dachte. Nein. Oh. Okay. Okay, 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 okay. So. Ähm. Ja. Folgendes. Machen wir mal eben. Ne? Nein. Besser als nix. Oh mein Gott. Okay. Ob man alles nicht schließt hier? Mit... 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 Nein. Oh. Nein. das ist richtig richtig spiel den wollte ich wollte so wo ist er denn jetzt hin schlapp wieder wie schaut es hier aus wir haben definitiv kein liederproblem die breite ich bräuchte ich hätte ihn aber ich habe kein tritt ihn gefunden hat was ich habe ich habe keratin und der schildkröte aber das liegt irgendwo da drüben also mittlerweile liebt es doch wahrscheinlich ach mal 290 ok ich hab's mal anders überlegt ja wirklich gerne was hätte ich denn gern selber nicht etwas ist doch nicht auf dankeschön die luke apple auch an nöt ich staunen Warum ich hier überhaupt mitnehme, ich hab so viel Läder, brauche ich nie mehr. Also, nicht nie mehr, aber... Gleich brauche ich definitiv alles, ich könnte mir allerdings mal jetzt tatsächlich ein Lagerfeuer bauen. Ich meine, es wird sich anbieten. Flintstone Fettschuh. Ich glaube, kein Flint. Aber nix. So. Reicht. So. Mal was zu essen machen. So. Mal hier rein. Ah, okay. Ja, Level Up. Ähm. Einfach krieg ich an die Flakorm. Wenn wir schon Level 54 sind. Ah, der ist jetzt... Ah, der ist jetzt... Okay. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall einen Schlafsack bauen. Fällt mir grad einen. Den kann ich nämlich auf den Boden legen. Ich hab grad überlegt, welches Bett baue, aber dann müsste ich jetzt nur eine Foundation bauen. Ich mach's kurz doof. Verschlossack tut's auch. Oder zwei, oder drei. Okay. 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 Nein, du. Nein, du. Na du. Ich würd mich jetzt trotzdem noch mal auf die Suche nach etwas fliegendem machen. Ihr kommt da ohne mich klar, oder? Denk ich. Ey. So in die Richtung. Pfeile wären vielleicht auch vorne mal schlecht gewesen. Äh. Pfeile. So. Oh. Wo denn? Dich kenn mal wahrscheinlich schon. Wärts zu viel Glück, wenn du irgendwas Unständiges wärst. Hallo? Nee, nee, nee. Nee, nee. Nee, 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 nee. Nutz, nutz, nutz. Ah, okay. So, in der Errichtung gibt es eigentlich auch immer, immer was Fliegendes. Vielleicht nehme ich doch dich, ne? Nein. Oh, boah. Wenn ich jetzt einfach ignoriere, weißt du was? Ich nehme dich. Ist mir jetzt egal. Au. Ich schieße jetzt nicht, weil ich hundertprozentig dann den Hüppel beim treffe. Hier, friss. Ja, komm mal ran hier. Genau. Ach, komm. Ach, ach, die. Ich nehme die da drin. Eigentlich fressen sie denn, wenn sie feststecken. Wunderbar. Boah, da bist du nicht. Äh, Horizon und Sky. Sky. Okay. Uiuiui. Jetzt sind Levels. Das ist so. Warum kriege ich so viel Level, wenn ich die Finger tame? Sag mal die Päume umfalle, wenn ich die Obersteste stecke. Wär ganz vermutlich. Woll. Äh. Ost. okay ich glaube wir sind ein bisschen schwer aber nix was ich jetzt mache gleich eine schulkröte angreifen in der hoffnung dass die mir ein bisschen keratin gibt jetzt mal ganz kurz drücken ja ich seh schon also eigentlich war wahrscheinlich eher das holz jetzt machen ja doch eigentlich behalten dürfen bei dir wahrscheinlich länger als bei mir ok die holzkohle ok muss alles seine ordnung haben selbst wenn die base nur aus einer einzigen von ok mache ich mir jetzt war durch team rüstung war mit das ganze holzkohle in der fortströme ich habe nichts gesagt was geht alles ein bisschen zu schnell wir haben das let's play jetzt in einem tag durchgespielt ja ich schätze mal man level dann weiter als bis level 100 schätze ich jetzt einfach mal wenn man so schnell bei level 100 ist ok wenn man immer auf 150 ok 56 die zeit ja geil ja den hätte ich gerne ich mag topschafers und mit ihr einmal ausspricht kontakt ich weiß nicht antigen die eigentlich auch naja dann so dieoule drive sind die werden natürlich die habe ich länger nicht erfüllen voll weil wir später die größeren viecher mit kämpfen dann müssen Flammenwerke. Okay, dann würde ich sagen, wir haben uns jetzt eine Floprüstung. Ich glaube, da reicht auch unser Mittel auf jeden Fall, ne? Folgst du mir eigentlich? Ja, hör mal auf. Wer haben wir denn? 67. Ja, wir machen jetzt einfach mal so viel wie geht. So, oder es reicht doch. Na gut. Umso besser. Umso besser, ne? Sky, und dann gehen wir mal deine Schwester abholen. Oh, du hast echt viel Leben. Geil. Ich glaube, du hast echt wenig Kamina. Äh, ich gehe mal komplett auf Stamina, erst mal. Das ist ja grün. Das war gar nicht aufgefallen. Du bist da komische. Hätte ich anders nennen sollen. Aber egal. Jetzt ist es so. Es ist, wie es ist. Die Lederrüstung. Die packe ich mal hier. Ich packe sie mal in die Piste. Vor allem, als ich sterbe. Damit ich wenigstens nicht komplett... Ne? Und so. Beautiful. Das Buch. Hab ich einmal in die Piste. Freit mich, ne? Okay, dann. Was kriege ich denn diese Quentin-Dienste? Das liegt hier in das Mitte? Ne. Wo baue ich die denn? Fabricator. Okay. So, einen stelle ich mir hier jetzt fort. Netthil. Dann wartet das. Das ist aber Wasserklub. Das könnte ich mir übrigens bauen, oder? Oh, das ist doch hier. Ach, und so eigentlich. Ganz gerne. Mending Paste. Damit... Wir waren eigentlich ja immer Brüder. Biber. Die Biberbrüder. Ne, Biberbauten. Ihr wisst schon. Wie heißen die Diener denn? Biberdämme. Ne. Oder? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Da waren hier immer welche. Äh. Was war ich noch? Ach ja. Hier. So. So. Ein Dino-Tracker. Damit wir die Horizon mal wieder fliegen. Stopp. Verklauen wird mich wohl keiner, während ich weg bin. Wird es mich jetzt einfach nur... Na dann! Auf, auf! Mal gucken, wie viel noch steht am Ende. Ein bisschen Sorgen mache ich mir jetzt schon. Egal. Alles, was da drin ist, ist nicht so wichtig. Das ist echt eine fiese Farbe. Also sagen, wir holen Horizon jetzt mal und dann beende ich die Auto mit fürs Erste, damit ich gucken konnte. Erst am 1 habe ich rumlos. Schon halb zwei jetzt. Krasst, wie schnell die Zeit vergeht. Und ja, endlich habe ich ein Mittel gegen die Langeweile gefunden. Und damit ich hier die Indie-Dings da eigentlich die Einstellung ändern konnte, damit die Immersive-Taming-Mod hier die Stacks erkennt. Also es ist nur so, dass diese Stacking-Mod, die ich benutze, die Stacks umbenennt. Oder das Item und sich umbenennt. Und die Immersive-Taming-Mod ist dann halt als Fischfleisch erkennt. Mit Fisch war das das Problem, und mit Matten, glaube ich. Das ist mit Schorf. Hammelfleisch, so. Geiles Wetter. Oh, ich... Ich werde es gleich auf mein Stamina auf. Auf mein Stamm. Hallo. Herrquetzel oder Frauquetzel. Kriege ich überhaupt nicht richtig? Das kann ich hier so... Dann ein kurzes Päuschen. Ja, wie wäre es? Setz dich doch mal. So. Dann laufen wir mal da drüber. Das trifft sich ganz gut. Dann kriege ich... Zwei waren vielleicht noch ein paar Pünktchen. Ich auch. Ich weiß nicht, warum das immer so lustig soll. Fünf. Fünf ist schön. Fünf. Fünf ist wunderbar. Okay. Okay. So. Jetzt gucken wir mal, ob wir Horizons so finden, oder ob sie vielleicht tot ist. Mal gucken. Ich habe gar nicht geguckt, bis du... Ich weiß gar nicht, ob ich mich züchten können. Okay. Okay. Wir machen mal kurz den hier. Wir wollen das. Wie war denn das? Nein. Treib Dinos. So viele sind sie auch nun, nicht? Schau, vielleicht ist sie doch tot. Oder es war doch ein Stück hier. Mein Gott, meine Leiche liegt da immer noch. Nee, das ist einfach nur mein Todesding. Ah, sie lebt. Mal ran. Lickst doch fest, oder? Äh, Moment. Ah, nee. Guck an. So, ich lande mal kurz. Der Katscha lebt an. Schon begeistert. Schon begeistert? Mein Gott. Der ganze Zeug liegt hier. Das wäre nur Klaus Uwe. Hallo? Hatte ich irgendwas, was ich nur brauche? Ich einmittel. Nicht wirklich. Aber Klaus Uwe hatte viel Zeug. Oh, nee, ja. Kannst du mal... Kannst du das mal hinsetzen? Kannst du, dass es geht? Nein. Ich... Äh? Oh mein Gott. Okay, die nehme ich auf jeden Fall... Das traue ich eigentlich nicht, aber egal. Ich nehme es trotzdem... Oh ja, das nehme ich sehr gerne. Oh, mein Klaus. Komm ich das wahrscheinlich von den... Ja, dann passt... Der Rest kann mit Klaus Uwe in die ewigen Jahrgründe gehen. Weg? Ich weiß nicht. Okay. Ein Level. 100. Wollen wir mal eben versuchen, den Gatscher hier zu teilen. Deine habe ich gerade weggeworfen, ne? Mal die Nance weg. Witzig. Aber komm, ich habe wahrscheinlich nicht so eine Liste weit mit, ne? Frist zum Gatscher, der frisst ja vielleicht auch das hier. Hallo? Hallo? Nee. Da ist natürlich mein schlaues Buch wieder dabei. Aber... Was hat hier noch schlaues Buch? Klaus Uwe hat ja ein schlaues Buch. Klaus Uwe wollte mich sehr belesen. So. Gotcha. Harry Beck. So. Warum wollte ich denn das jetzt nicht? Hoppott. Da. Da versuch. Ah, doch. Ah, doch. er hat es gefressen hallo anzeige es hat auf jeden fall nichts genützt kommen wir fliegen heim in die wildschule zurück wo ich eigentlich gar nicht bleiben wollte aber egal fürs erste vielleicht dann doch lieber hier oben obwohl hier sind wahrscheinlich annehmen lassen dann noch vielleicht einfach gar nicht hier erst wenn ich irgendwas habe was nicht absondert naja ok es war auf jeden fall sehr aufregend das gute an den wild ones ist halt dass die von nix angegriffen werden in der regel also wahrscheinlich außer von großen tierchen wie rex oder so aber die laufen da jetzt ja nicht so häufig rum das hingewockt hat finde ich ein bisschen eigenartig ungefährlich weil ich meine die nehmen ja ich weiß nicht ob die nehmen das ja halt immer eben hier stehen stehen heute ja gibt es heute richtig für heute mal eben hier geil konsposten doch weisen Oh, nichts nütziges Ding. Ah, sie ist so hübsch. Sie ist hübscher als Sky, aber pscht. Hab ich nicht gesagt. Komm ran jetzt. Ähm, da ist ein Hydra. What the fuck? Geht es jetzt making noise? Ich will das reißen jetzt wieder hin. Äh, okay. Dem Ding möchte ich eigentlich ungern begegnen. Ich hätte 310. Ja, warum nicht? Aber sie ist schon etwas angeschlagen, oder? Ähm, okay. Ich bin hier vorher im ersten Durchlauf, in der Testaufnahme sozusagen, bin ich hier lang geschwommen und gelaufen zu Fuß nach da drüben. Da bin ich irgendwo da hinten gespawnt. Wenn ich jetzt so bedenke, wenn ich mir das so vorstelle, ich wäre ja da mitten in der Nacht dieser Hydra begegnet, sondern... Hm. Oh, Glück. Passt doch, passt doch. Das ist besser, hat das Krokodil. Okay. Boah, genau da. Ich weiß es genau. Konnte mal, ne? Ja. Ja. Passt du, ich habe gerade überlegt, ob das ein wieder so ein Atlas Hall ist, aber nein, ist doch sicher. Oh, wo ist meine tolle Base? Wo hier? So. Ernsthaft. Wo bist du denn jetzt wieder? Du Dumpfi. Nirgends kann man mit dir hin. Echt jetzt. Ja, park irgendwo da hinten. Super. Das ist ein dumm Dödel. Das Bisse. Dumm Dödel. Halt still jetzt. Nee, du fliegst jetzt weg. Nee, du fliegst jetzt weg. So. Au. Nicht, nicht? Ich glaube, jetzt langsam geht es noch ein bisschen langsamer. Oh, schon. Level 69? Für eineinhalb Stunden Spielzeit? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay. Alles klar. Dann. Wir zwei. Lass ich euch mal eben hier alleine. Vielleicht kommen wir später nochmal mal gucken, was das Handgelenk sagt. Alles klar. So. Immer nur der. Alter, nee. Voll. So. Okay. Alles klar. Na gut. Dann. Wie war das? So. Bedanke ich mich an der Stelle ganz, ganz herzlich fürs Zugucken, fürs Wieder-Reingucken, fürs immer noch dabei sein. Äh. Ich weiß wirklich sehr zu schätzen, dass hier die Abonnenten, die ich habe, dass sie tatsächlich nicht weniger werden. Obwohl es jetzt wirklich schon ganz lange keinen richtigen Content mehr gibt. Ich meine, selbst mit meinen Streams, mit den Streams hochladen, bin ich irgendwie im Verzug. Aber, ja. Also, dafür wollte ich mich ganz herzlich bedanken. Und dann, ähm, ja, hoffe ich, es hat euch gefreut, mal wieder was von mir zu sehen oder zu hören. Und es war einigermaßen unterhaltsam. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder, wann auch immer das sein mag. Bis dahin. Macht's gut.